Fantastisch! Also klar, ändere den Spawnpunkt des Spielers, warte mal. Ja, du kannst doch einfach ein Bett setzen und schlafen. Ja, aber... Ja, das geht ja dann wieder kaputt oder keine Ahnung was. Eins, zwei... Spawn... Ach, du willst den Global Jet? Achso, ey. Nein, ich will meinen... Ha! Das hier ist mein Spawnpunkt, wunderbar. Also mein Spawnpunkt ist irgendwo auf der Kranburg gewesen, da hatte ich ein Bett hingestellt. Oder hat das auch schon wieder jemand kaputt gemacht? Ich hab nämlich, ich hab aber jetzt quasi das geändert. Und zwar... So, wir schließen das jetzt mal hier mit einer grünen Reihe ab, würde ich sagen. So. Perfekt. Tenstone! Dann bauen wir hier das blaue noch so bis zum Ende einfach. Und müssen ja dann eh hinten die Kabine noch dran bauen. Oh, hier hab ich das jetzt auf beiden Seiten so gebaut. Muss ich das hier unten auch noch machen. Und für mich, damit es auch aussieht wie eine echte Kranburg. Machen wir da wieder das eine raus? Oh, das war eins zu viel. Das war eins zu viel. Da kommt noch ein Couplestone rein. Das passt bei mir, ich hätte nämlich gerade auszusehen ein, äh, N zu viel gehabt. Ich frage, ob die Leute wirklich jetzt nur hier rumchillen, um irgendwie sagen zu können in der Schule, wie der ein Typ das ja sogar wirklich mal geschrieben hat. Ey, schreib mal was, ich will damit in der Schule angeben. Mal gucken, wie das jetzt an der Seite aussehen muss. Ach, an der Seite möchte ich das auch mal machen. Okay. Warte mal. Vor allem, dass man hier um sein Leben auf sein, äh, auf sein Feld aufpasst. Ja, gut, aber es ist natürlich auch, äh, wenn du einmal sowas hast, wo du die Leute dich mit provozieren können. Ja, ich kann sie bannen, also. Ja, ja. Worte sind wie Projektile. Vor allem, es ist ja nicht mal so, als hätte ich's... Ja. Es ist ja nicht mal so, dass ich sie nicht vorgewandt habe. Ich meine, da steht überall Chilled. Steht da überall ein Schild oder steht da überall Chilled? Ne, da steht Chilled. Ich hab überall Chilled hingeschrieben. Ich hab, äh, ich hab auf das Schild Schild geschrieben. Ich dachte, das wär richtig. Machen wir das nicht so? Ja, aber ich, das hört sich irgendwie chillen, weißt du? Ach so. Ich hab überall geschrieben Chilled mal. Und ich wollte auf den Witz eingehen, dass ich überall Schild hingeschrieben hab auf die Schilder. Ne, passt jetzt irgendwas nicht. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt muss ich hinten diese Kanüte bauen. Eins, zwei, drei. Da bin ich mal jetzt gespannt, wie wir das hinkriegen. Das ist ja hier so. Auf jeden Fall geht's hinten zusammen. So. Bei mir ist es ja nicht so, ich mach die ganze Scheiße ja, damit die was zu essen haben. Fuck. So ein undankbares Volk. Ja. Ist wie der König, dem nicht genug gedankt wird. Ja. So, solche undankbaren Sackbahnen. Müssen mal, müssen mal Steuern eintreiben. Sagen wir ja nicht innerhalb von einer, diese Stunde einen Diamanten vorbeibringt, äh. Äh, ne, ich verkauf das Brot gleich. Einen Diamant pro Bissen. Das, das hätten wir vorher abgemacht. Ja. Deckstück. Äh, ne, ne, ne. Äh. 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 Ich wette, ich leg da ein, ich leg da gleich ein Stack voll Brote rein. Der erste kommt, alle Brote weg. Ja, natürlich wird das so sein. Das, äh, was du ja wohl nicht bezweifelt, dass das anders passiert. Äh, nicht. Einen noch. Selbst wenn's von den 30 Leuten wir beide gescheit sind und 27 andere auch gescheit sind und einer noch so ist wie Fred. Mhm. Dann, äh. Ach, wie war Brot nochmal? Fuck. Äh. Drei. Weizen. Drei. Stimmt. Ich vergesse, ich will immer, ich mach immer ein Vier, äh, ein Quadrat, weil, ich mein, es passt besser zum Brot als eine Reihe. Kommt drauf an, wenn du ein Baguette hast, nicht? Ja. Sieht, sieht das für dich aus wie ein, für ein Baguette? Ja, noch ein bisschen. Un Baguette. Un Baguette. Un Troll de Baguette. Fünf Brot. Ob ich das den Leuten zutrauen kann? Was macht denn deine Farm? Kann ich jetzt meine Schafe abholen? Ich hab gestern gesoffen, ich kam nicht dazu, das zu bauen. Ich baue jetzt mal deinen scheiß Schafsfaden. Ja, mach ich ja. Wieso warst du so offen? Brauch ich dich nicht mehr. Wann war das für ein Grund? Ja. Das ist eine Frage, ey. Ja, hattest du einen Grund oder hast du einfach nur so gesoffen? Das ist jetzt die Frage. Ja, selbst wenn ich einen gehabt hätte, würde ich das jetzt nicht erzählen. Aber ne, ich hab einfach noch so. Heute Nacht war da ein Grund, weil die ganzen Kinder hier rumtrollen. Ey, wieso das? Wir kommen da nicht drauf. Ja, ich meine, weil die jetzt alle heute rumgetrollt haben. Achso, ja. Ja, ich hab, wir haben, alle haben gelacht, jeder hat sich gefreut. Jetzt können wir ja endlich weiterspielen. Vor allem, jedes Mal, wenn ich einmal so denke, oh komm jetzt liest du einmal den Chat, lese ich irgendwas von Griefing. Oder Stealing. Oder Cheating. Ich meine, wieso klappt sowas nicht? Wieso denn los? Geht doch nicht. So, das sieht doch schon gar gut aus hier. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Das wird doch gut. Das wird doch gut. Oh, doch. Ich hatte doch gerade Glas. Wo hab ich das denn jetzt hingestellt? Da. Ich hab doch Glas. Scheiße. So. Und zwar hatte ich jetzt ja hier, ist ja hier dieser komische Leuchteschniepel auf. Ich weiß nicht, wer diese Kanonenboote kennt. Hm. Sieht man da ja diese Leucht, so leuchtende Teile. Und ich hatte mir überlegt, da die ja grün aussehen, aber trotzdem leuchten. Das ein bisschen zu imitieren. Und zwar. So. Muss man das natürlich hier zubauen. Aber gleich mal einmal mit harter Hand durch und schon bleiben sie alle weg. Ich brauch mal langsam eine Truhe und ey, ich seh schon, komm, die Truhe wird nicht lange in meinem Besitz bleiben. Ich muss sagen, wir müssen wirklich lange voll bleiben. Ja. Der Inhalt der Truhe ist halt nicht lange in deinem Besitz wahrscheinlich. Ja, deswegen packe ich nur sowas rein wie Steine. Also die Diamanten werde ich auf jeden Fall nie aus meinem Inventar rauspacken. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus ey, was wir da jetzt hingekriegt haben. Da vertraue ich denen zu wenig. Und jetzt müssen wir hier noch dieses... Eigentlich schade. Graue erhöhte, ja. Vor allem jetzt kommen sie mittlerweile alle hier rum wo ich bin. Aber die haben ja mein Boot ausgeleuchtet, das ist nett. Damit es nicht kaputt geht. Zack. Kann ich dir helfen? Was? Der wurde gerade wer vom Zombie angegriffen, hab ich schon geholfen. Achso. Was ist hier ist noch ne Antenne? Was hätte Ruhrpott nie gedacht, dass er das so sagt? Sieht echt gut aus Mabu. Was? Sieht echt gut aus Mabu. Hätte nie gedacht, dass ich das jemals so sage. Zu was? Zu meinem Boot? Ja. So, jetzt nur noch ein bisschen... Äh... Was soll das denn heißen? Ja, musst du äh... Ruhrpott fragen, der hat das gesagt. Ich hab's nur vorgelesen. Wie ist denn der Zaun, der ist grau. Gibt's nix graues, dann brauche ich wieder eine Mauer. Wo ist die Mauer? Ich brauche eine Mauer. Wir brauchen die Mauer wieder. Bin grad hart am diskutieren mit Ruhrpott. Warum? Weil ich grad mal ausprobieren wollte, wie man flüstert. Bei der mir irgendwas zugeflüstert hat. Von wegen irgendwelchen Befehle oder irgend so'n Scheiß. Und ich grad mal erstmal nachgucken musste, wie man überhaupt zurückflüstert. Fratze2003, bitte nichts klauen. Jetzt müsste ich noch hier hinten die 17 dran kriegen. Irgendwie mit Weiß. Weiß die Wolle oder sowas. Aber da hab ich zu wenig. Da müssen wir das... Das System hat letztendlich mal geklappt bei zwei Leuten. Was machen die denn da? Warum duckt man sich und schlägt auf Schilder ein? Oder auf sich gegenseitig? Weiß ich nicht. So Leute. Es ist zwar nicht sehr original getreu, das geb ich zu. Aber hier muss ich noch was machen. Ups. So. Das muss noch weg. Und... Hier ebenfalls. Aber ansonsten... Hier ist ein ganz Geld auf dem Haus. Hier ist mein Screenshot draus machen. Wie schmeiß ich nochmal Sachen weg? Äh... Cool. Ach das geht nicht, wenn ich im Game-Mode bin. Oder halt einfach daneben schmeißen. Ja ne, ich wollte grad gucken, was ich in der Hand hab, ob ich das irgendwie loswerden kann. Und jetzt muss ich irgendwelche Viecher mal auf mein Kanonenboot setzen. Aber ich weiß nicht, was ich da drauf setzen soll. Äh... Auf mein Landungsboot natürlich. Ich brauch irgendwas, was nicht schädlich ist. Villager könnte ich doch machen, oder? Was? Ne, danke. Äh... Hat mich wer angeflüstert. Du undankbarer, du. Danke geschrieben. Ne, danke. Äh... Er hat gefragt, ob ich irgendwas brauch. Was sind denn Guardians? Spawn Guardian. Vielleicht sowas wie, äh... Oh. Ne. Was ist das? Das ist irgendein ganz komisches Viech gewesen. Okay. Nein. Jetzt hab ich hier... Jetzt fehlt mir die grüne Wolle wieder. Ah, der grüne Clay. Scheiße. Wo ist der da? Äh... Da ist er, ne? Lime Stained Clay. Ah, 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 ah. Föp. Ich brauche etwas zum Spawnen. Und zwar... Squid Wolf... Wo ist denn... Gibt's hier nicht Villager? Villager. So. Houdini. Ah, jetzt muss ich hier natürlich nochmal kurz... Hä? Einsperren. Oh, halt. Das ist ja alles für... 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 Oh, halt. Befehle gibt's. Ich gucke mal was aus. Was denn? Warte mal... Achieve... ...ment... Ne. Ah, okay. Du kannst... Du kannst... Du kannst allem was geben. Okay. Houdini! Das Wort ist... Houdini! Das ist ja für eine Scheiße. Endet die Nahrzeit. Ändert das Wetter... Ähm... 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 Alter, wer läuft denn hier unsichtbar rum? Ja, wer wohl? Nein. Naja... Wie... Kann man... Äh... Unsichtbarkeitstränke verhindern? Lässer schließen. Ja, dann will ich hier mal schließen. Alter! Jep! Geil! Jetzt kann man hier die ganzen Villager rum... Aber die muss ich jetzt mal... Ja, können wir das mal ausstellen? 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 Was denn? Ja... Nervausschließen, damit die keine Unsichtbarkeitstränke erstellen können. Ja, willst du dem schließen? Du kannst es nur sammeln. Okay. Äh... Alter, Leute... Ja... Na gut, ich glaub dann... Ist das Projekt für mich gelaufen, oder? Ist ja auch so... Scheiße, hab ich gern Bock. Was ist denn los? Ja, ich hab den Typ, der... Ja, der... Unsicht... Unsichtkalbeizdrank rumlauft. Und Eisen... Eisenerzblock hier hinstellt. Wo? Weißt du nicht, wer es ist? Ach ne, weißt du natürlich nicht. Ja, wie denn beim Unsichtbarkeitsdrank? Ja, ja, ja. Wo denn? Ja, bei mir... Ja, wo kann... Ist bei Unsichtbarkeit schwierig, ne? Ah, eh... Oh, das Witter wurde geändert. Ja, bringt ja nichts, aber kann er dann jedes Mal hier rein mit einem scheiß Unsichtbarkeitsdrank und Scheiß bauen? Kann er dann überall? Warum kann man Tränke nicht ausstellen, eigentlich? Keine Ahnung. Gibt's bestimmt. Ja... Dann... Würde ich mal... Ja, ich kann jetzt aber nicht gucken, weil dann stürzt mein Flaps ab. Wenn irgendwer... Guck gleich nach, warte. Guck auf'm Handy und guck mal, du kannst bestimmt alle Unsichtbaren kicken oder so. Kannst auch gucken quasi. Wie denn? Ja, dann sag's mir dann. Warte mal, ich guck's mir eben nach. Ich hab doch hier nebenbei das geöffnet. Ich muss jetzt mal eben die ganzen Dorfbewohner töten, die jetzt im Wasser rumschwimmen. Houdini! Okay, bei... Brex. Was? Was? Der hat sich wieder der nächste beworben. Was? Der hat sich wieder der nächste beworben. Dracius. Ach, der war das oder was? Na, der war an meiner Kiste drin. Hat er sich wohl... Gebennt. Ich komm hier nicht mehr raus. LieselaTV, willkommen! Ja, auf jeden Fall, äh... Guckst du nach wegen dem Befehlen jetzt, oder was? Ich hab bis jetzt nix gefunden. Hau dein Nether-Portal einfach ab, ey. Es muss irgendwo Server-Rules geben, wo du dein Nether-Portal kannst. Der Nether-Portal kannst du ausstellen. Da steht nix. Du kannst Never ausstellen. Echt? Warte mal. Ja, den Nether kannst du... Sperren. So, jetzt haben wir hier doch mal das schöne Landungsboot mit den ganzen Truppen drauf. Fiesa deaktivieren. Server-Rules oder so, muss man mal gucken.